Warum muss es auf der Welt Grenzen geben? Kann jemand was dafür, dass er in Äthiopien geboren ist und jetzt nach Deutschland kommt oder nach Österreich? Wie viele Grenzen muss er überqueren? So ein Quatsch. Weg mit diesen Grenzen. Meine Lämaten sind, dass ich mich mit dem Jonny Soriano von Red Bull zu spielen und mit dem Jonathan, der eine Familie hat, drei Kinder und eine Frau, und ich bin total gleich wie jeder andere Person. Das ganze Leben werden die Menschen grenzt gesetzt. In der Schule, es wird ihm vorgeschrieben, was er jetzt zu lernen und zu tun hat. Es geht wirklich das ganze Leben so weiter, aber zu unserem eigenen Wohl. Ich glaube, ein grenzenloses Leben zum Beispiel wäre auch unerträglich. Nur das All hat dann keine Grenzen mehr und das können wir nicht mehr erfassen. Meine eigene Grenze erreiche ich erst mit dem Tod. Ich bin total. 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 Ich bin total.